Das vergessene Tor. Aha. Ja, das vergessene Tor. Willkommen wieder zurück zu Let's Play Lara Croft The Guardian of Light. Wir müssen, glaube ich, jetzt alle Vasen, die wir hier haben, besetzten. Oder alle... alle... heißen sie. Alle Knöpfe dort. Die besten. Dafür brauchen wir mehr Kugeln. Die suchen wir jetzt. Kugel Nummer 1. Ah, okay. Mh, ja. Wenn wir mal hier so südlich die Dings hinbauen. Und die Kugel hier mal so hinstellen. Gut. Toll. Okay. Ja, nee. Klar, ne. Das ist doch unfair. Nee. Dann machen wir das halt mal so. Wir legen die Kugel weiter dorthin. Na. So. Und rams. Kawams. Und die Kugel befördert. Zack. Und tschüss. Die rollt jetzt runter. In das Gebiet rein. Und... Na gut. Da kümmern wir uns um die nächsten Kugeln. Und... ... Hepp Okay Und komm. So, fällt sie runter. Gucken mal, wo die nächste ist. Ja, zama. Ja, ich wusste das mal nicht. Ich komm doch nicht hier hinweg. Oh. Alter, war das knapp, ey. Alter, wirklich war das knapp, ey. Ja, nee. So. Nächsten roten Schädel gesammelt. So. Nächstes dickes Ding hier. So. Wieder fast pleite, also fast Energie alle. Ja, ne, wie soll man das denn schaffen? Was will denn zaubern, das liegt nicht mehr auf dem Tisch. Ah, ein Mini-Utzen. Wir holen uns erstmal den Schatz hier oben. Ja, ne. Ich muss hier ja mal eine Mine platzieren. Die eigentlich nicht gehört so. Äh, Flammenwerfer werden wir wechseln zum Mini-Utzen. Da gibt's einen Schatz. Oh, ne. Ne. Okay. Lol. Ähm, ja, okay. Mach ich denn? Ich fall da runter. Ja, ne. Ist klar, ne. Also, Fels ohne Ende, ne. Ups. Ja, sag mal. Sag mal, ich bin doch nur am failen hier, ne. Wo soll ich denn da denn draufkommen? Ah, jetzt weiß ich's wie. Nee, so net. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Sag mal. So. So. Jetzt sind wir endlich da draufgekommen. Steinpfeiler haben wir bekommen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ist egal. Bombe, wir haben den Schatz endlich. So ein kleines Monster stört uns, aber bringt euch nichts, wenn ihr mich tötet. Ich komme noch immer wieder. Ach, nö, ne. Ähm, wie würden wir das hier schaffen? Wieder mal so ein Rollen hier. Ja, da in der Mitte. Toll. Das ist auch kacke. Hä? Wie soll man das denn schaffen? Ja, nee, ist klar, ne. Jetzt weiß ich wie. Aber das Ding da aktiviert. Okay. Wofür brauche ich jetzt die Kugel? Ach so, ja, ja, ja. Ich bin so doof. Kugel brauchen wir doch jetzt für Dings. Und runter da. Jetzt können wir erstmal die... Drei, vier... Du wilden Zauberer. Guck mal, der wird mit einem On-Marsen mit dem Monster, ja. Weißt du mal, wie oft wird er denn noch kommen? Noch einer. Sag mal! So, Ruhe hier jetzt. So. Uns fehlen noch zwei. Ja, uns fehlen noch zwei. Wie viel waren nochmal die Einsatzziele? 230.000. Ich wäre erst 49.000 hab ich da erst. Da ist noch ein Kristall, aber... Ai, 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 ai. Wäre ja fast runtergefallen. Hepp! Bis wandern noch zwei. Ja, unser wunderbar. Loh!